Das, was Sie hier sehen, verehrte Zuschauer, zu Hause vor dem Fernseher, ist kein Witz. Das ist Gary Dirty Boy Bronco, eine der schillerndsten Figuren im Meerbull. Bislang eher durch Kostüme aufgefallen, als durch sein Können. Lässt sich von den Bullen am liebsten von hinten hochnehmen, der Dirty Boy? Ja, und los geht's. Bronco ist ja für einige Profi-Rider eher ein pinkes Tuch. Aber das Publikum liebt ihn, heiß und innig, diesen bunten Vogel. Spaß hat er auf jeden Fall. Triple. Und hier Finale. Ein bisschen lauwarm, wenn Sie mich fragen. Die Zeitlupe, schon sehr eigen, was der hier so macht. Der nimmt das eben alles nicht so ernst. Und die Punktrichter? Nehmen ihn auch nicht ganz so ernst. 5-6-6. Aber Dirty Boy nimmt's gelassen.